Und manchmal ist das Internet so fürchterlich, dass es dadurch auch wieder großartig ist, aber trotzdem fürchterlich. Ich kann es nicht anders erklären. Schon lang nicht mehr gehabt, ein Video von Jules in den Tiefen des Meeres. Ich wusste zuerst nicht, was gemeint ist, aber es geht wohl um vor ein paar Monaten. Da gab es ja diesen, ich glaube, das war so ein Tauchgang zur Titanic. Und ich erinnere mich noch, da war irgendwas mit dem Nintendo-Controller und Pipapo. Und dann irgendwann hat Meeresdruck gesagt Nein und dann hat es den gemacht. Innerhalb von Nanosekunden wurde das Ganze einfach komplett komprimiert. Und dann war es nur noch U-Boot.zip und, ach Logitech-Controller, Entschuldigung, nicht Nintendo-Controller, ein Logitech-Controller. Ich wollte hier kein Placement machen, Entschuldigung. Ja, ein Logitech-Controller war es. Ja, hätten sie mal Elgato gehabt. Was für ein tolles Produkt. Na okay, wir machen mal weiter. Wir gehen mal rein. Eine Stunde geht es und ich bin gespannt. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben. Seine Augen tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Man macht seine ersten Schritte, besucht den Kindergarten, sieht die Natur, die Städte und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planeten sind. Ganz ehrlich, bei Frankfurt würde ich mir mal überlegen, ob ich jetzt zurückgehe durch den Tunnel. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt konfrontiert. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle. Du wirst sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Ich bin ehrlich, das ist eine Wahrheit. Warum sieht das gerade aus wie ein Darm? Warum sieht das Bild gerade aus wie ein Darm? Ich weiß nicht genau. Das ist eine Wahrheit im Leben, die habe ich noch nie. Ganz ehrlich, die hat sich mir noch nie offenbart. Don't fart. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram-Profil aus, aber alles, was einen Eingang... Dafür, das würde ich niemals machen. Um Gottes Willen. Meine Beine würden vielleicht noch durchgehen. Aber bei der Hüfte bleibe ich stecken. Bäm! Kleiner als Faustregel sechs Joghurtdosen hat, ist absolute No-Go-Zone. What are you doing? Me? Oh Gott. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem dir ein Troll drei Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones-Fallen, die von der Decke hängen, bevor... Ich bin ganz ehrlich, jetzt wo ich das alles sehe, hätte ich Bock auf Höhlen. Jetzt will ich... ...du jemanden halbtot, kopfüber in einem Loch auffindest. Oh ja, es kommt alles zusammen. Zweitens begib dich MIEMALS an die obersten 5% der Erdoberfläche. Es gibt einen Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst nicht auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön. Genau dafür wurden Kameras erfunden. Wie bitte? Das ist nicht das Gleiche? Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Hey Brian, Lust auf einen Eiskotz? Und am allerwichtigsten, begib dich NIEMALS unter keinen Umständen in die tiefsten Gegenden des Meeres. Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist. Also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was soll da schon mal rumkommen? Wasser 2? Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Ein Shrimp, eine Krabbe, lecker Thunfisch. Außerdem sind 94% des ganzen Meeres auf dieser Welt noch unerforschtes Gebiet für uns Menschen. Das finde ich so krass übrigens, ich finde diese Tatsache einfach so krass, dass das, ne, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das so krass finde, aber einfach nur, dass wir das alles noch nicht erforscht haben, weil es aber auch schwierig ist, wegen Wasserdruck etc. pp. Aber ich finde es so krass, dass der Ozean, krass einfach krass, so krass, aber dass der so unerforscht ist, finde ich erstaunlich. Weil an den Großteil kein Licht kommt und der deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Und da unten sind so krasse Kreaturen, ja, es ist echt krass, was für krasse Kreaturen da unten auch sind. So krass einfach, die dann einfach so vor sich hin leuchten einfach im Dunkeln und die wir vielleicht noch gar nicht kennen, eventuell da unten im Dunkeln, es ist krass einfach, krass. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben, wie zum Beispiel ein Fisch, der zwei leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anstarrt. Viele Kerle, die Instagram-Kommentare schreiben oder Instagram-DMs schreiben, haben auch zwei leuchtende Eier als Gehirn. Ja, wollte ich mal wieder meinen wichtigen Input geben. Krass. Der hier sieht aus wie ein Pokémon. Warum bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv? Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster. Riesententakelmonster. Gigatentakelmonster. Elden Ring Endboss-Gegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten willst. Ein Computer-Gaming-Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Dieser Fisch sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem Meer gekochen sind, um uns weiterzuentwickeln. Sondern weil wir Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumschwimmt. Doch wenigstens bist du dort unten sicher vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Forcher, die... Was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Das Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Und Leute, die GEZ eintreiben wollen. 100 pro auch da unten. Außerdem random Wasserexplosionen. Riesige Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen in Höhlen rein. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 cm groß ist. Immer noch nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy-Unter-Wasser-Mikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig in einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Heißt, du hättest nie beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Und so wurde die Erklärung vom Bloop-Monster geboren. Was ungefähr so aussehen müsste, um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Eiswerker. Naja, ich erinnere mich. Naja. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Dem Bloop-Fisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem Blob-Fisch. Der Blob-Fisch, der Fisch, der auch jetzt das hässlichste Wassertier unseres Planetens bezeichnet wird. Naja. Auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser? Tauchen? Mh, nope. Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Das hier ist der Unternehmer und Businessmann Stockton Rush. In Fachkreisen wird er der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen? Glauben Sie, dass ich Elon Musk bin? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Elon Musks in einem edlen Elon Musk. Sein Leben verbrachte er damit, verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Er war ein Mann, der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte. Und so fand er mit den Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. Finde ich theoretisch ehrlich gesagt gar nicht so kacke. Ja, würde ich gerne, ich würde gerne auch mal so eine Tiefseereise machen. Aber das ist mir alles viel zu unsicher. Ist mir alles viel zu unsicher. Ich hätte, boah, da muss nur mal kurz knirschen im Gebälk. Oh Gott, ich würde Panik kriegen. Das ist, pfff. Ja, so ein geiles Rapture und so weiter. Boah, geil. Boah, würde ich feiern. Aber, puh. Ich finde es auch mega gruselig, aber ich finde es, ich finde, ich finde, also so Tiefsee finde ich gruselig, aber auch unfassbar faszinierend. Auf eine ganz makabre Art und Weise. Das ist schon gefühlt eine ganz andere Welt. There is no private access to the deep ocean. And yet there is all this life to be discovered. The future of mankind, I can say, is underwater. Ja, damit hat er vielleicht nicht recht. Und was? Vielleicht, vielleicht mal ganz irgendwann. Was braucht man dafür? Richtig. U-Bootche und massive Eier. Holy shit. Nun Stockton. Als Gewichte, damit man runtersingt, brauchst du halt dicke Eier. Das ist ganz wichtig. Oder zwei Gold in dem Kopf glühen. Rush hat zuvor schon Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so gründete er 2009 die Firma Ocean Gate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Touristen wie zum Beispiel Mecklemore. Und jetzt sind wir ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Und ich mein, Haie angucken ist cool, aber das kann man auch ohne ein U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft unter Wasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. Kilometertiefe Tauchgänge, um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. Ocean Gate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Stockton Rush wollte tiefer. Ja, ja, das Wrack der RMS Titanic. Das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte und seitdem Kilometer weit unten auf dem Meeresboden ruht. Es hat Jahre gedauert, es zu finden und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen erblicken können. Tauchen ist etwas vom Schönsten, das ich erlebt habe. Ein unbeschreibliches Gefühl, glaube ich sofort. Und da drunter lese ich direkt, warum nicht VR und eine Unterwasserdrohne, anstatt sich in eine Konservendose zu setzen. Weil es, glaube ich, nochmal einen Unterschied macht, ob du selber da bist oder eben nur in VR quasi. Du kannst ja theoretisch auch eine 360-Grad-Kamera da reinschrauben und dann mit VR dir alles angucken. Das würde auch gehen und das finde ich auch spannend. Ja, aber ich glaube, da sein ist nochmal was anderes, einfach komplett das zu erleben. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende spielte und seitdem als Geister um das Wrack der Titanic herumschwirrt. Auf dem sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis, welches sich vor mehr als einem Jahrhundert abspielte. Und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. So romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten 250.000 Dollar Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten. Und die Zeit lief ihm davon. Denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Formen. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eiffel-Schirmen, 64 Fußballfeldern oder 9,3 World Trade Centern. Sorry. Und so werkelte der Meister-Ingenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren U-Booten, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Wenn man da runter taucht, also egal ob ich jetzt ins Weltall reise oder ob ich jetzt in die Tiefsee tauche mit diesem überirdischen Druck, der da auf dir lastet und so weiter. Ist das eine gute Idee, da Geld zu sparen? An vielleicht den falschen Stellen? Ich christen die Cyclops. Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur f***ten Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan. Sieht ein bisschen aus wie ein Fieberzäpfchen. Welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Und wie man erkennen kann, es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf einer Reise zum Wrack der Titanic begeben. Der Ablauf läuft wie folgt. Man steigt mit einer maximal fünfköpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind, und taucht zweieinhalb Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Und damit der U-Boot-Kapitän auch weiß, wo er hin muss, kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an, an das Mutterschiff an der Oberfläche. Wenn man genug gesehen hat, drückt man den grünen Knopf, pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus, ersetzt die Gefäße somit mit Luft, lässt... Allein die Idee finde ich geschmacklos. Ja, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich verstehe das schon. So wie man sich auch alte Burgen anschaut und so weiter. Da sind jetzt auch keine Knochen mehr drin oder so. Es gibt da unten auch keine Knochen mehr. Scheiße, ich wusste sogar den Grund, warum die ganzen Passagiere der Titanic inzwischen alle quasi verschwunden, also die ganzen Leichen da unten quasi verschwunden sind. Ich wusste den Grund mal, aber nee, der Druck war es gar nicht mal. Also wahrscheinlich auch der Druck, wahrscheinlich der Druck, aber irgendwas war mit dem Knochen, glaube ich, ne? Das Kalzium löst sich irgendwie auf oder ich weiß nicht genau. Wird noch gesagt. Okay, sehr gut. Die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder hoch. Irgendwer hat auch eine Baumgefahrt gebaut. Hi, hurra, Stockton Rush hat ne Millionen gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Aber hat ein Aufzug nicht immer Notseile? Hm. Oh, fuck. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den Ur-Rot-Tourismus bekannter zu machen. Komm, join us on our next expedition. Don't miss the opportunity to be part of history. The Ocean Gate... Wracks gelten als Gräber, da sollte man die Totenruhe respektieren. Von den Toten ist nichts mehr übrig seit vielen Jahren. Nichts mehr. Titanic Experience. Wenn es danach geht, wenn es so viele Menschen wie auf der Welt schon gestorben sind, schwierig da überhaupt noch irgendwo hinzutreten. Das, äh, ja. Ben Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglückstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Are you making money on this operation? Äh, no. Not yet. Yes, you are a compulsive lion. Und ich muss schon zugeben, dass da... Warum gibt das denn nicht zu? Hä? Natürlich macht er da Geld. Hä? Warum gibt das nicht zu? Das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund, wahrscheinlich ziemlich cool aus seiner mit Boomer geführten Facebook-Timeline aussehen muss. I don't have a boyfriend and I don't want it. Stockton Rush überwältigte die Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme. Die andere davon überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Weißt du, was auch spannend wäre? Wenn jetzt irgendwer käme und eine Expedition zu Stockton Rush machen würde. Dann kannst du da unten die Ocean Gate kannst du bewundern. Kannst du quasi runtertauchen. Es funktioniert wie ein Fahrstuhl. Ja, da kannst du runtertauchen mit so Gewichten. Und dann kannst du einfach noch die Ocean Gate kannst du bewundern. Kannst vielleicht mal rumschwimmen. Vielleicht ist es noch ein Glas, aber es ist sehr komprimiert alles. Kannst vielleicht noch was gucken. Es ist 2 in 1. Ja, 2 in 1. Ach, das Wrack wurde schon gehoben. Na gut, meine Geschäftsidee gerade wieder kaputt. Wurde, ah, schade. Ich dachte, da kann man irgendwie zwei zum Preis von einem. Kannst da runter und dann fliegst du einmal um die Titanic und dann guckst du mal um die Dose, die früher mal die Ocean Gate war. Es war für Stockton Rush ein ganz normaler Sonntag. Diesmal haben sich vier andere Passagiere von der Idee begeistern lassen, die Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Der zufällig reiste Mann Pakistans zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher bei dem Guinness Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Leute machen alles für Weltrekorde. Die abstrusesten Sachen einfach nur. Hauptsache irgendwie mit irgendwas irgendwo einen Weltrekord gemacht, um dann da drin zu stehen. Es ist einfach inzwischen so. Es ist so. Weiß ich nicht. Ja, gelöst. Geil. Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul-Henri Nageolet. Und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut Hamish Harding. Wir sind exzentrische reiche Säcke, also gehen wir auf 4000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich meine, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der siebte Ferrari ist nach dem achten Mal fahren auch irgendwie langweilig geworden und der Privatschild hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher. Also warum nicht einfach mal die Titanic sehen? Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See, als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später Kontaktabbruch. Die Kommunikation vom Mutterschiff zum Hinabsinken im U-Boot wurde gekappt. Fünf Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation zur Außenwelt. Zusteuert auf ein Wrack eines Schiffes, welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große Suchaktion ging los. Es sollte ein Wahnsinnsabenteuer sein, herausgekommen ist ein Wahnsinnsalbtraum. Und dadurch drang die Nachricht schließlich auch zu den Medien durch und was daraufhin geschah, das erfahrt ihr nach der Werbung. Was? Oh heiliger Finanzguro, nachdem ich mir endlich die App heruntergeladen habe, habe ich jetzt drei ganze Wünsche frei. Ich wünsche mir einmal, dass Schildkröten sich nur noch auf einem Skateboard fortbewegen können. Dass ich durch die Finanzguro-App großes Reichtum erlange und als drittes wünsche ich mir einen riesigen Cock. Oh verdammt! Dank der Finanzguro-App weiß ich endlich, dass 63% meines Monatsgehaltes in Beyblades zu investieren keine gute Idee ist. Dank Finanzguro muss ich jetzt endlich keine Kerze mehr unter meinen Duschkopf halten, damit das Wasser warm wird, weil ich herausgefunden habe, dass ich 22 verschiedene Onlyfans-Hufs-Accounts-Abos auf einmal laufen lassen habe. Oh, wie bitte? Man kann Verträge auf einem Schlag alle über die App kündigen? Wow, das ist ja wunderbar! Die App ist bekannt aus Serien wie Höhle der Löwen, Donald Duck, Breaking Bad, Haus des Geldes, Lucky Luke, Hannah Montana, Phineas und Ferb, Fortnite, Minecraft. Wusstet ihr, dass 95% der Spielsüchtigen aufhören, bevor sie einen großen Jackpot gewinnen? Mit Finanzguro Plus kannst du zum Beispiel tiefgehende Analysen darüber, wie sich dein Vermögen entwickelt hat, nutzen. Null Euro. Null Euro. Null Euro. Null Euro. Null. Wer auch immer da draußen diese Werbung gerade nicht schaut, hört auf meine F*** Werbung zu skippen. In der App sieht man alle Versicherungen auf einen Blick. Gott sei Dank habe ich mich gegen Kometeneinschläge versichern. Hinter zieht eure Steuern jetzt auf keinen Fall mit der Finanzguru App, weil da sind alle Ein- und Ausgaben perfekt aufgelistet und das Finanzamt wird ein leichtes Spiel haben und einen Terminator auf euch losschicken. Wow, Jules, das ist mal wieder eine super seriöse Werbung. Das segnen wir genau so ab. Hol dir jetzt die Finanzguru App und benutze den Code Jules, um Finanzguru Plus für ganze drei Monate kostenfrei zu benutzen für sehr viele atemberaubende Vorteile. Oh mein Gott, die App ist so gut. Ich ersticke. Werbung Ende. Was ist jetzt mit dem Cock? Die Nachricht vom verschwundenen U-Boot erreichte also Stück für Stück die Medien. Und so kam langsam ans Licht, auf was für einem unfassbar riesigen Eisberg dieses ganze Projekt eigentlich gebaut wurde. Oceangate shouldn't have been doing what it was doing. I think that's pretty clear. Angefangen mit der Konstruktion des Oceangate Titan U-Boards kamen Stück für Stück immer mehr Infos und Details an die Oberfläche und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine absolute Shitshow dieser Mann da ablieferte. If that's your idea of safety. Aber ich meine, er hatte doch eine Goldgrube mit dem Ding, oder? Er hatte doch wirklich eine Goldgrube mit den Reisen zur Titanic. Er hatte eine f***ing Goldgrube damit. Warum hat er nicht ein bisschen von der Kohle genommen, die er damit verdient hat? Und hat das mal in die Sicherheit von dem Ding reinvestiert? Ich verstehe es einfach nicht. Es erschließt sich mir einfach nicht. Die Logik dahinter. Ja, Gier verstehe ich schon. Ja, Gier verstehe ich. Ja, er hätte einfach mehr Reisen machen können, weil kein Geld mehr, wie kein Geld mehr gehabt. Hat er die Kohle rausgeworfen? Weil die Reisen waren ja nicht günstig. Der hat ja Geld damit gemacht und zwar nicht wenig. Also, weiß ich nicht. If it works, I fix it. Ja, offenbar hat es ja nicht mehr so richtig geworkt, ne? Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017, als Stockton Rush an... Vielleicht ist es so, ne, wie wir das vorhin hatten bei den Bashcam-Videos, ähm, wenn Sachen passieren, die passieren nur einmal zum ersten Mal. Manche Sachen passieren nur einmal und dann ist eh vorbei. Das, äh, ja. ... empfing dieses Prachtstück zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehende Stück von Gefährt. Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. I'm a civilian. Also, holt eure Zettel raus, es wird Zeit für eine kleine Physikstunde. Hey, Vizoc, Michael here. Your Sonsoree is very safe. Is it? Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich Stahl oder Titanium. I am a... ...der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann und womit baute er sein U-Boot? Kohlenstofffasern. Carbon Fiber. Carbon Flyer. Auf Carbon Fiber umgesneed, oder was? Bronze Fiber. Er meinte, er sei Innovator und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen überschreiten. Man würde sich an einen erinnern für die Regeln, die man gebrochen hat. Ja, damit hatte er aber recht. Man erinnert sich jetzt an ihn, weil er die Regeln gebrochen hat. Das ist absolut richtig. Damit ganz klar, 100% richtig. Ja. You're remembered for the rules you break. Ja. You know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. Das ist vielleicht nicht unbedingt richtig, aber ja, you're remembered by the rules you break. Carbon Fiber and Titanium. There's a rule you don't do that. That's not my idea. Oh Gott. Looks pretty strong. I should build a submarine out of this. Tja, brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft. Als würde man in den F*** OBI laufen und nach einer Abteilung für U-Boot-Teile fragen. Bist du dumm, du Gottverdammter Hurensohn? Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Oh Gott, was? Was? Oh Gott. Aber wie kann das überhaupt gehalten haben? Sind das Innenwände? Also sind das, ist das eine Innenverkleidung nochmal vor der Außenverkleidung? Oder ist das einfach wirklich... Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen 250.000 Dollar Willy Wonka Tickets anbieten könnte. There's no GPS underwater. So the surface ship is supposed to guide the sub to the shipwreck. Das U-Boot wurde mit einfachen Kabelbindern repariert. Außenteile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Das Glasfenster ist für 1300 Meter geeignet, soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Der Mann hat einfach null Respekt. Der Mann hat null Respekt vor dem Ozean einfach. Null Respekt davor. Null. Hat der noch nie? Weißt der nicht, wie Wasser funktioniert? Die Scheiben haben eine starke... Ja, mich wundert er, mich wundert er, dass es so oft gut gegangen ist. Das wundert mich. Das wundert mich. 9 Zoll sollten Sie nachlassen. Heißt das in 2 Millisekunden Sayonara. Dafür hat unser U-Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so. Genauso wie im Flugzeughals. Bei den essentiellen und wichtigen Materialien wurde gespart. Aber Hauptsache das U-Boot hat einen 40 Dollar Ebay Bluetooth Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Geile Mugge. Das hier ist die Inneneinrichtung von James Camerons U-Boot. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins. Und jetzt guckt euch diese XXL Ravioli Dose an. Eine aufmachbare Luke, durch die man rausklettern kann? Braucht er nicht. Sein U-Boot wird erstmal mit Hilfe von Schrauben von außen zugebohrt. Damit man sich danach in einer Art Vakuumkapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Das ist doch nur ein Haufen Schrott. Dass das überhaupt funktioniert hat? So einem Haufen Schrott kann man sehr viel machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ein U-Boot. Es gibt zwar sieben verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen. Heißt jedoch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Drake? Was? Wo ist das Türloch? Ist es gleich hier? Ist es doch angezeichnet mit einem fetten Stift? Dieses U-Boot wurde unterirdisch schlecht konzipiert. Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boot und zahlreiche Materialfehler hingewiesen und ihn davor gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, dass er nur noch junge Leute mit genügend Imaginationskraft anstellen wird und keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. Warum sollte man auch Leute mit Erfahrungen ranholen, die vielleicht Expertise in dem Gebiet haben? Ja, wenn du einfach Leute haben kannst, die sich einfach gar nicht auskennen. Boah, ich kann das nicht. Das ist aber, oh Gott, da ist einfach so viel Dummheit drin. Da ist so viel Dummheit und Ignoranz drin. Ich kann einfach nicht mehr. Mich wundert wirklich, dass das überhaupt funktioniert hat. Daraufhin hat die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten Giga-Chats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben, dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze Industrie gefährden würde. Oh nein, ich habe AirPods drin. Ich kann eure Kritik nicht hören. Ich tauche jetzt zur Titanic. Blub, 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 blub. Er hat auch als einziger Mensch sein U-Boot nicht von irgendeiner Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltenden Seerecht Wer setzt sich denn da rein? Wer setzt sich denn da rein? Oh Gott. Ich... Jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das ohne Zertifizierung. Und doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotz... Leute, die das nicht wissen. Ja, wahrscheinlich so. Wahrscheinlich so. ...dem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Because that's where we work with Boeing and NASA and the University of Washington. We partnered with aerospace, NASA and Boeing. Aber wissen die was davon? Wissen die Institutionen was davon, dass sie gepartnert sind? On the design of our hull. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit? Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Haltbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft wurden? Oh Gott. Oh nein. Lügner. Lügner. Und wie steuert man so ein U-Boot eigentlich? Ein Lenkrad, ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt? We run the whole thing with this Game Controller. Ja, das ist viral gegangen. Das ist viral gegangen mit diesem Logitech Game Controller. Das ist, ähm... Ich mein, Hand aufs Herz, theoretisch, theoretisch, wenn das, ähm... Wenn das U-Boot funktionell wäre, ja? Wäre das nicht cool, mit dem Game Controller einfach vorne in der Kanzel zu sitzen und das U-Boot zu steuern? Nur von der Machbarkeit, ne? Nur noch von der Machbarkeit her wäre das nicht cool. Eigentlich geil. Eigentlich, eigentlich voll geil. Aber... Ich glaub, der Game Controller ist, glaub ich, nicht mal der Knackpunkt, der eigentliche. Come on! Ein kabelloser, B-Klasse, 30 Euro, Amazon Logitech. Gut, das ist vielleicht ein Knackpunkt. Controller. Light Attack Video Game Controller. Get me out of this summer! Okay, und um fair zu bleiben, Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach, weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Selbes gilt auch für riesige Bohrer und Baggermaschinen. Der Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Doch hielt es Docton Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, es sollte besagter Controller mittendrin mal wirklich defekt sein, dann... Und vor allen Dingen ist es ein Funk-Controller. Da muss ja nun mal der Akku leer gehen. Oder die Batter... Wahrscheinlich war da nicht mal Akku drin, sondern nur Batterie. Wahrscheinlich nur Batterie. Würde ich vermuten. Muss ja nochmal leer gehen. Oder irgendwie funktioniert der Funk gerade nicht. Oder irgendwas. Was machst du dann? Dann kannst du ja nichts mehr machen. Dann ist ja alles vorbei. Oder der Knopf hängt. Ja, da ist ein Knopf irgendwie raus. Der Auftauchknopf irgendwie. Ist irgendwie defekt oder so. Keine Ahnung. Hat den Kontakt verloren. Dann... Ja, was ist dann? Also auch an seiner Stelle. Ich hätte wahnsinnig Angst. Mir fiel zu unsicher. Du brauchst doch immer noch einen Backup-Plan und am liebsten noch einen Backup-Plan vom Backup-Plan. Dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann einst, ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. Ja, aber diesen Punkt hat er noch lange nicht erreicht. Er mag Recht haben, ja, er mag Recht haben, aber diesen Punkt hat er lange nicht erreicht. Noch lange nicht. Und er wirft gerade die Hauptsteuerung einfach durch die Gegend. Alle vier Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, in der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Boots hingewiesen wurde. In dieser Erklärung kommt achtmal das Wort Tod vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für 250.000 Dollar in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt. Sondern, dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schmieden von F*** Mordo hergestellt wurden. Weiß ich nicht mal das, aber ich hätte zumindest gerne mal gewusst, wie oft das schon auf der Tiefe war. Wie oft war es denn schon auf der Tiefe? Wie oft hat es so eine Tauchgänge schon gemacht? Wobei, hat es Tauchgänge in der Tiefe schon gemacht? Es gab ja Tauchgänge, aber ich glaube nicht auf die Tiefe zur Titanic, oder? Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen Feuer geworben wurde. Ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. Where do I sign? You just cry a lot and just keep the dream alive. In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. In der Fahrt eines Youtubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. I can tell you right now, I feel like I dodged a bullet. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich. Und wisst ihr, was das war? Die U-Boot-Teile, die Kilometer weit unten langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. Ich würde mir so in die Hose scheißen. Gott, würde ich mir in die Hose scheißen. Oh Gott, würde ich mir in die Hose scheißen. Und vor allen Dingen auch unter Wasser, als der Funkkontakt weg war. Oh Gott, ich hätte so Angst. Ich hätte so... Das muss so schlimm sein einfach. Boah. Aber Hauptsache, das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt Russisch Roulette gespielt. Und das Schlimmste daran, es war ihm bewusst. Help Humanity, ja, ihr seid, wow, ihr seid richtige Wohltäter. Wow, habt ihr der Menschheit weitergeholfen. Das ist, wow, wow. Ihr seid richtige Engel einfach, richtige Engel, Heilsbringer gar. Dr. Rush hat einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn für superreiche als eine Tourismusneuheit und Innovation der U-Boot-Industrie verkauft. Okay, lebt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. We lost comm. I think that would be a sentence I would never want to hear in my life again. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Passagiere sich vorher einfach mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten vielleicht nicht der sicherste Ort für ein Selfmade-U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel... Yeah, as you can see... Fuck around and find out. Yeah. The more you're gonna find out. ...der Gedanke war einfach zu verlockend. Ein Tourismuskonzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000 Meter Marke erreichen kann, das riecht nach Geld. Money, 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 money... Es würde 50% des Planeten eröffnen und das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen mit den gemeinsamen Recherche und Archiven... Und ja, das, was Julia sagt, als ob nicht Zehntausende nicht Reiche das auch machen würden, wenn es nicht so teuer gewesen wäre. Achso, das meinst du. Du meinst mit dem Mitfahren. Ich dachte gerade, als ob nicht Zehntausende Reiche auch so ein Unternehmen gemacht hätten, wenn es irgendwie möglich wäre, das billig zu machen. So habe ich das zuerst gelesen. Ja, ich mache den Passagieren selber, mache ich ehrlich gesagt keinen Vorwurf, weil ich denke mir, du vertraust der Company und die, ne, also du vertraust dem Typen, nicht unbedingt dem Typen selbst, aber der Company, dass das schon alles irgendwie hält, die werden ja sicherlich nichts darunter schicken, was sie nicht schon geprüft haben. Davon ist normalerweise ja eigentlich auszugehen. Vor allem, wenn der Typ selber mitfährt, ja, der fährt ja selber mit, also ich als normaler Mensch würde denken, okay, wenn er selber mit dabei ist, der hat Vertrauen in sein Produkt, okay. Die Fähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt, über diese unglaublich skurrile und dumme Situation, Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Meme! Approved! Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich super reiche Menschen sind, ist wirklich jegliche überbleibende Empathie auf Null gefallen. Ich meine, Milliardäre, die für einen Riesenhaufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden? Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Kawasaki! Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgehendes U-Boot war. I am under the water, please help me. Ihr werdet sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen, die Ocean Gate Titan Memes schien wirklich nahezu perfekt, jeden einzelnen Checkpunkt von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jahre zu erfüllen. Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattform wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch ich. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemann. Ah, ich find's schwierig, bin ich. Ich bin ehrlich, ich find's schwierig. Ich find's schwierig. Ich wiederhole mich da noch gerne, unabhängig davon, wer die Leute waren, die das gebucht haben. Ich würde denen halt keine Schuld zusprechen, weißt du, was ich meine? Und ja, da geh ich mit der Julia von vorhin, geh ich da d'accord. Wenn die Fahrten billiger gewesen wären, hätte jeder sein können. Hätte wirklich jeder sein können, weil du vertraust der Company, du vertraust dem Typen. Ähm, unabhängig, unabhängig davon, wer die sind, find ich's schwierig. So, es ist geschmacklos, ich hab trotzdem viel gelacht. Ich mach auch niemandem Vorwurf, um Gottes Willen. Ich find's nur irgendwie so, das abzufeiern, find ich halt ein bisschen schwierig. Weil Menschen mit Familien, genau das mein ich ja. Bei dem, bei dem Typen, ganz ehrlich, bei dem Typen hält sich mein Mitleid in Grenzen. Aber der Sohn von dem, von dem einen da, wer war das nochmal? Der Sohn von dem, ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, der wollte auch nicht unbedingt mit. Ja, aber sein Vater hat gesagt, du kommst mit, bla bla bla, der hätte das ganze Leben vor sich gehabt. Und da, es waren einfach zu viele, um sie alle aufzählen zu können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Es wäre einfach kein richtiges Internetgeschehenes ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. Der war erst 19. Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. My conspiracy theory is that they're not actually lost, but this is all for publicity, because they're millionaires and billionaires. Is this the only submarine that this company has and uses? Do they not have more equipment to go and save these people? Um, if you're homeless, just buy a house. Die Rothschild-Oceangate-Theorie und die Theorie, dass sie ihren Tod aus Steuergründen gefaked haben und jetzt irgendwo in den Scriptclubs von Atlantis chillen. Ich bin so froh, dass wir jetzt in einer Timeline leben, wo jeder einfach seine Gedanken online spülen kann. Es ist unfassbar, es ist unfassbar, was Menschen so alles droppen, was aus Menschen so alles rauskommt. Wie beruhigend. And the government's gonna try to control the media. Ja, natürlich, hey, natürlich, natürlich, klar. Du bist dumm, du redest zu viel. Ja Mann, warte, den hab ich auch noch irgendwo, wo ist der? Äh, äh, nein, ich hab die nicht mehr. Hab ich den noch? 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 Du bist dumm, du redest zu viel. A man of culture. Alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben. Oder dem Fakt, dass es wirklich Leute gibt, die Gartenzwerge in ihrem Garten stehen haben. Was hat das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia-Flug 370 oder Joe F*** Biden zu tun? Biden, blast! Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben wird. Ich muss mal so. Nicht zweimal sagen lassen haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder I feel like I would have survived the sub-accident. This isn't a joke. You always hear about those one in a million. Ja. Ja, das, ja, ich glaube, ja. Puh. Das ist quasi Main-Character-Syndrome in a nutshell. Also ich hätte auf jeden Fall, ich bin der Besondere. Ich hätte auf jeden Fall, klar, natürlich. Ich bin der one in a million. Wow. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, wenn er wollen würde. Warum steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass er die Passagiere da unten mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. There are eight reasons why I hate the internet. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. I am an expert. This submarine sucks. I am an expert too. Expert, expert here. Those are experts. Expert, expert, expert here. The expert, expert. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein f***ing Jetpack drangebaut hätte. If all five passengers are losing air, why don't they just breathe? Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Konami-Cheapcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man winnt. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich darüber lustig gemacht haben, so gerade die wir eben, ne, die wir gerade als Beispiele sehen. Die hätten genau so ein U-Boot gebaut. Die machen sich darüber lustig, ja, aber die hätten genau so ein Ding gebaut. Genau so. Das wären genau diese Leute. Ist aber wie so ein Spiegel. Oder die hätten sich so eine Tüte über den Kopf gezogen, weil der Sauerstoff da drin bleibt und wären runtergetaucht. Und das wäre deren U-Boot. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Junge, 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 Junge. Dagegen wirkt der Milliardär gerade, der Typ, der das U-Boot gemacht hat, wirkt dagegen richtig intelligent gerade. ... der Familie gerade dort unten befindet. I got family. Regel 34 des Internets besagt, dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Auch über U-Boote. Auch über dieses U-Boot. How many men had she inside her? I think that's enough Internet for today. You, what the fuck is wrong with you? I nutted. Artworks vom U-Boot. Zahlreiche Filmposter. Comics von Boomer, die viel zu spät in irgendwelchen TV-Magazinen landeten. Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games, in welchen das U-Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods zu spielen ist oder nachgebaut wurde und, naja, in Rekordzeit zur beliebtesten Gaming-Map wurde. Lego-Nachbauten von dem Ocean Gate Titan U-Boot mit dazugehörender Titanic im Hintergrund. Warum ist meine Hose kalt und nase? So stirbt Batman nicht. Das Schlimmste daran ist, das Internet ist großartig und das Internet ist fürchterlich. Und manchmal ist das Internet so fürchterlich, dass es dadurch auch wieder großartig ist, aber trotzdem fürchterlich. Ich kann es nicht anders erklären. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach, es ist, boah, es ist alles ganz furchtbar schlimm. Und kreativ sind die Leute auf jeden Fall. Jeder auf seine Art ist kreativ, auf jeden Fall. Auch wenn es furchtbar ist, aber Kreativität, mangelnde Kreativität kann man niemandem vorwerfen. Das ist so, boah. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Ich weiß nicht, ob es das ist, was man will. Eine Taschenlampe? Ja, ja, mit E. Ähm, okay. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Ja, ja, ja. Ja, hinterher. Der Controller. Oh mein Gott, der Controller. Mom said, it's my turn to pilot the submarine. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway to Hell Combo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hochtauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush voll... Falls das Blue-Monster kommt, schießt es einfach mit der Nintendo-Zapper-Pistole ab. Stockton Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen. Deine Eltern sind Geschwister, reckige Ohren, Tony Wetterlich! Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher in einem zeitlich sinnvollen Zusammenhang in Form einer Geschichte erzählen würde und sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzusetzen, dann würde diese Geschichte genau so aussehen. Alles fing an mit einer Explosion und sechs Passagieren, von denen einer der geheimen Versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegneten sie einem in Low-Quality drehendem Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Stockton Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte und so sind sie in einen naheliegenden Stein geknallt, was ein großes Loch im U-Boot hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem Holzwasser mit, brachte zwei Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Fortgeschrittene Physik. Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die urahnen Geister der Titanic, mit denen sie dann zusammen ein Fortnite-Chak-Chak tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. Doch leider waren die Batterien des Controllers leer und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie abgefangen von Nautilus aus League of Legends, der einen Pentakill machen wollte und so weichten sie aus und crashten in zwei zufällig direkt nebeneinander stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Gott sei Dank haben sie gerade so überlebt, doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen und ab da sah der letzte Überlebende, Taddeos Tentakel, nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach zwei Tagen schließlich am Strand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Heraus kam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte, Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig, das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Stunt für den kommenden Film Titanic 2. Es gibt ein Titanic 2. Ich würde euch dringend empfehlen, den niemals anzuschauen. Niemals im Leben, niemand sollte den jemals gesehen haben. Jack is back. Titanic 2. Jack's back. Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen, es sind mittlerweile... Titanic 2 war nicht so schlecht? Was? Verglichen mit was? ...bei Tage vergangen, in denen die Passagiere dort unten feststeckten. Keiner weiß, wo sie sind. Sie wissen nicht, wo sie sind. Doch plötzlich gab es einen Lichtblick. Ab dem Sonnenaufgang des 20. Junis hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen könnten. Ruhe, das geht langsam zu weich. Was habe ich gerade gesagt? Ich rufe die Polizei. Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet. Von der US-Küstenwache bis zu der Navy, der Air Force, der kanadischen Küstenwache oder der nationalen Luftwache waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbuoyen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Natürlich kam man auch auf die Idee, mit anderen U-Booten zu suchen. Doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr es glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. An der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben unter Wasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Victor 6000 zum Einsatz kommen, wer ist Victor 6000? Unglaublich viele Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilen, alle auf der Suche nach einem nicht-ortbaren und nicht-identifizierbaren Klopfgeräusch. Maya! Natürlich kam das über-selbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean einfach aussaugen lassen. Das U-Boot konnte durch das geniale Internet gerettet werden. Das Gesetz der... Dinge, die nie passieren werden. Antium, Milliardäre, ein zwölfjähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Natürlich war das ein Post von 4chan. 4chan! Also ist mit Bangin-Neuses wirklich Fick-Geräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend in den Ehr, ihn brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drumrum und stoppen rasch, hältst den Kontrolle und macht schaute Geräusche. Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zuvor mehrmals die Herzen des Internets eroberten, weil sie zahlreiche Fischerboote angegriffen hatten. Gleichzeitig gab es auch noch einen kleinen Zwischenskandal, weil der Stiefsohn von einem der vier Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit Onlyfans-Model. Milliardärs Stiefsohn geht lieber zum Rock-Konzert. Als nach vier Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und so wurde das Suchgebiet verdoppelt. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20 gleichen U-Boot... Das heißt, die falsche Person, U-Boot. ...Witzen zu langweilen. So sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Okay, wir haben es verstanden. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen. Doch bitte, lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein U-Boot mit 5 Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff verlor. Was ist das, was Sie, in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück? So ist es schrecklich. Ja, oder? Willkommen auf der Titanic. Nach exakt 111 Jahren nahm die RMS Titanic fünf weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der fünf Passagiere hat überlebt. Aber sind die alle, die sind aber nicht erstickt, oder? Habe ich das nicht richtig mitbekommen, dass der Druck das Ding einfach so zusammengeklammt hat? Und die haben nicht mal die Zeit gehabt, auch nur den Gedanken zu fassen, was da gerade passiert ist. Kommt noch, okay. Entschuldigung. Nun, die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel darüber veröffentlichten, was denn jetzt mit dem U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder Oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden im Umlaufwaren, wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen und sich anzugucken, was genau passiert ist. Das U-Boot verlor nach zwei Stunden den Kontakt zum Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze acht Stunden, bis man das vermisste U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall melden muss für Investoren und zukünftige Passagiere. Ich mache kurz eine Pause, weil mich das wieder sauer macht, die Aussage. Oh, Junge, 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 eher die armen Investoren. Oh, die armen Investoren. Oh, ja, das sind die wahren Opfer. Das sind einfach die wahren Opfer. Nicht nur bei dieser Geschichte, sondern auch bei vielen anderen. Die armen Investoren immer. Eine dicke, rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nachdem nach mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtete die US Navy auf einmal, dass man zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits zwei Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde und die Leute trotzdem tagelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militärtechnologiesystem das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert. Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger Überle... Äh, nein, ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boot durch einen Suchroboter gefunden und spätestens dann war klar, was passiert war. Shortly after arriving on the sea floor, we discovered the debris of the Titan submersion. Sadly, a rescue turned into a recovery. I have to apologize, we're still demobilizing. There's a lot of emotions, people are tired. Die fünf Passagiere tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. Siebte Klasse Physik, Außendruck stärker als der Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau heißt implodiert? It is explosion. Just backwards. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 380 Bar oder die Last von 100 f***ten Elefanten aufeinstößt. Nein, so sah das nicht aus. So, auf keinen Fall. Das hier ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hölle des Minitauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, eine schöne Animation für 2000. Ähm, hier. Oh nein. Hier ist ein Metalltank, der implodiert. Okay, das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter... Vorsicht, ja, ich sag schon mal ganz vorsichthalber Triggerwarnung. Ich weiß nicht genau, was jetzt kommt, aber ganz kurz schon mal vorsichtshalber. Hallo Käfer. ... Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. Nicht vergessen, das U-Boot implodierte tausende Meter tief. Tod. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren. Was ist das Rote, was da austritt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Hört sich im Zusammenhang vielleicht ein bisschen makaber an, aber wahrscheinlich der... nicht der beste... also nicht der beste Tod, den man haben kann. Aber ich meine dahingehend, dass man einfach gar nicht merkt, dass was passiert. Du bist einfach so weg. Du siehst nicht dahin, ne? Du... Sondern einfach... Merkst es nicht mehr. Es ist einfach... Du bist einmal weg. Einfach... Einfach vorbei. So. Ja. Dann fragt man sich nachher zu, wie ich immer woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, war es nicht immer. Doch, Moment mal. Besser, genau. Besser, als wenn die da unten erstickt wären, lang und elendig oder so. Wenn die Ocean Gate Titan nach zwei Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am dritten Tag? Sendet mehr Menschen. Sendet mehr Menschen. Sendet mehr... Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren oder dass Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. It was Wales having sex. Doch, sind wir mal ehrlich. Wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Nosferatu. Danach wurde Ocean Gate als Firma geschlossen. Die Spuren der Tragödie wurden versucht zu verwischen und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. Die Tiefsee-Industrie und alles, was auch nur ansatzweise mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeanes für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können. Habe ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Ocean Gate... Es muss ja bemerkbar gemacht haben, dass es bald implodiert. Ja, vielleicht hat es ein bisschen geknirscht oder so, aber das musste nicht lange gedauert haben. Je nachdem, wie tief die waren, kann es passiert sein, dass es vielleicht einfach leise geknirscht hat. Einmal nur geknirscht und dann... War das wahr? Hat es ja. Wissen wir ja nicht. Also das vorher schon geknirscht, als die unten waren. Dieses komische, was sich anhört wie schießen. Das haben sie ja schon erzählt, aber jetzt, wenn die runtergefahren sind, also als die jetzt runtergegangen sind, vielleicht waren die das Geräusch schon gewohnt oder so. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, je nachdem, wie schnell das gerissen oder wie schnell da irgendwas gerissen ist, muss nur ein Riss sein und dann ist es schon vorbei. Ein Riss reicht, ist alles schon vorbei. Und das kriegst du nicht mit. Das kriegst du dann gar nicht mehr mit. Es kam dann auf die geniale Idee, sich anstatt dem Meeresboden, dem Venus zu widmen. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Ich mein, U-Botsche bauen kann er. Also, äh, so, so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Schlechte Idee. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Barrieren durchbrechen? Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicher zu gehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of oil and paper this time and uses the Spongebob-Controller for steering it. Entschuldigung, aber leider, äh, oh. Oh, boy. Komplette und absolut maßlose Selbstunterschätzung und kein, kein Respekt vor irgendwas. Und Junge, es, das Schlimmste ist wirklich nur, dass er einfach noch andere mit ihm totgerissen hat. Das ist das Schlimmste daran. Hatte außerdem ein paar lustige Side-Effekts. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard. Hab ich Unterschätzung gesagt? Selbst Überschätzung meine ich natürlich. Entschuldigung, hab ich Unterschätzung gesagt? Entschuldigung, ich meine natürlich Selbstüberschätzung. Äh, ja, ja, ich hoffe, dass wir's klar. Top 100, nachdem Leute anfingen, durch den U-Boot-Inzident, den Song wieder zu streamen. Mathe- und Physik-Lehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5000 Bananen kaufen möchte. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, einfach weil Angebot und Nachfrage Oh, diese Menschheit! ...hat auf einmal einige interessante Reviews dazubekommen. Und auch das Spiel Iron Lang, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal überraschend viel Liebe vom Internet ab. Input Funny Rich meant dying in a Sub-Joke here for the one-millionth time. Furman wie Subway mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Patroller-Angebot und Reiche andere, waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen und werden, genauso wie die meisten auch, deswegen wohl in der Hölle landen. Wow, danke Pornhub, dass sie mit zeigt, dass das U-Boot 15.000 Cox-Tief implodiert. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden, nein, die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrasht, was jedoch sehr lustig wäre und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwasser-Mikrofone aufnehmen können. Guys, is this Freddy Fazbear or, or, or? Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Jedoch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos-snapped wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Nun, gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Wahrscheinlich nicht. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit achtmal dem Wort Tod unterschrieben hat? Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abarkovsky, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aero-Waggon baute. Nun, starker Wind, 114 kmh Geschwindigkeit, der Wagen entleiste und PRRRRRRRRRRRRRRRR FÜR DIE WISSENSCHAFT! Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind? Ah, wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte? Das wussten wir auch schon. Also, was nehmen wir mit aus einem tragischen Szenario, das so gut wie niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre. Ja, aber was nehmen wir denn jetzt mit? Was, was, hä? Du fandest das Video nicht so gut? Doch, ich fand das Video an sich, fand ich unglaublich gut gemacht und mir ist zwischendurch einfach aufgefallen, mal wieder, wie jedes Mal, dass Jules, das nehme ich daraus mit, Jules ist, glaube ich, ein wandelndes Lexikon der Popkultur. Da, da war wirklich, da war einfach alles drin. Ja, was wir daraus mitnehmen, ist offenbar ein viel zu schnelles Ende. Ich glaube, ein viel zu schnelles Ende. Ich schicke euch mal einen Link raus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich schicke euch mal einen Link raus. Ich, äh, ich brauche jetzt ein paar Minuten Ruhe. Ich muss ganz kurz in mich gehen, Moment. Das ist das auch für ja, was wir hier sind. Das kommt dann zum Beispiel wieder in meinem Link raus. Und das kommt dann eher dazu mit nein? Untertitelung des ZDF, 2020